...nicht die Lust. Das ist was anderes. Klar. Aber hier kommt eine neue Woche. Die Lappen haben geschwiegen. Meine Lieben, wir haben versucht, die Urhütte der Szenografie zu bauen, aber uns fehlt immer die Zeit. Das ist schon Jahre so. Deswegen wollen wir jetzt ein Glas Wein. Und das ist die Debatte. Applaus, Applaus.